Probieren Sie immer noch auf die altmodische Art und Weise, überflüssiges Gewicht loszuwerden? Warten Sie noch immer auf die Zauberpille, um abzunehmen? Damit ist jetzt Schluss! Alles, was Sie brauchen, ist der 5-Minute-Shaper. Der schnellste, einfachste und angenehmste Weg, endlich Ihren Traumkörper zu bekommen. Und das ganz bequem zu Hause. Mit nur 5 Minuten Training pro Tag garantieren wir Ihnen unglaubliche Erfolge innerhalb von nur ein paar Wochen. Mit dem 5-Minute-Shaper bekommen Sie ohne große Mühe Ihre Traumfigur. Es ist so einfach und das nur durch den Einsatz Ihres eigenen Körpergewichts. Sie trainieren mit vier einstellbaren Stufen. Ihr Bauch wird flach und definiert. Er strafft Ihren Po, stärkt Ihre Arme und schmälert Ihre Beine. Alles, was Sie brauchen, sind nur 5 Minuten Zeit pro Tag. Es ist einfach, schnell und super effektiv. Der 5-Minute-Shaper vereint eine Position aus dem Yoga und Sit-Ups zu den wirkungsvollsten Übungen, die Sie je gemacht haben. Einfach die Knie auf diese Softpads legen, die bequemen Handgriffe festhalten und ganz einfach die Beine nach oben ziehen. Sie sehen, das ist die volle Bewegung von Sit-Ups. Und genau damit verbrennen Sie am meisten Kalorien und erreichen einen unglaublichen Gewichtsverlust. Diese einfache Bewegung beansprucht Ihren ganzen Körper, den Rücken, Bauchmuskeln, Bohrbacken, Arme und Beine. Es gibt vier Stufen mit verschiedenen Winkeln zur Auswahl. Beginner, leicht fortgeschritten, fortgeschritten und intensiv. Zögern Sie nicht und holen Sie sich jetzt den sensationellen 5-Minutes-Shaper.